in diesem video sehen wir uns an was aggregationen sind und welche funktionen es dazu gibt und natürlich freue mich wie immer sehr wenn ihr meinen kanal abonniert und jetzt viel spaß mit diesem video das thema performance ist natürlich sehr wichtig für bi systeme es gibt mehrere möglichkeiten die abfragegeschwindigkeit zu verbessern einer dieser möglichkeiten ist die erstellung von aggregationen in analysis services in den analysis services wird jedes measure durch eine aggregationsfunktion bestimmt zu den vordefinierten aggregationstypen zählen zum beispiel das summinmax count distinct count und einige andere spezialisierte funktionen komplexere oder benutzerdefinierte formeln können alternativ in einer mdx berechnung anstelle einer vorgefertigten aggregationsfunktion natürlich erstellt werden nun im analysis services stellt natürlich jetzt viele dieser funktionen zur verfügung um measures über die dimensionen in measure gruppen zu aggregieren was bedeutet das und wo kann ich diese erstellen dazu habe ich ein beispiel datenmodell geöffnet ein multidimensionales datenmodell der adventure works und kann mit einem klick auf das datenmodell in dem bereich measures die einzelnen erstellten measures mir ansehen beziehungsweise nachsehen wie denn diese aggregationen für diese einzelnen measures definiert worden sind in diesem fall wird das measure internet sales amount mit der aggregationsfunktion sommer definiert ich kann auch natürlich andere oder weitere funktionen anwenden dazu später mehr eine weitere einstellungsmöglichkeit der definition mit welcher aggregat funktion das measure berechnet werden soll gibt es auch natürlich in den eigenschaften fenster zu diesem selektierten measure und zwar im bereich erweitert gibt es die zeile aggregate function und kann dort auch nochmals die entsprechende funktion hinterlegen wie bereits erwähnt die additivität einer aggregationsfunktion legt fest wie das measure über alle dimensionen im cube hinweg aggregiert wird aggregationsfunktionen werden nach drei wichtigen ebenen der additivität unterschieden und zwar sieht man nun in dieser tabelle alle aggregationsfunktionen nach ihrer additivität da gibt es eine rubrik und zwar die additive gruppierung ein additives measure kann über alle dimensionen hinweg innerhalb der measure gruppe die das measure enthält uneingeschränkt aggregiert werden dazu zählen die summe und count daneben gibt es noch die semi additiven measures diese kann über eine oder mehrere jedoch nicht alle dimensionen hinweg in der measure gruppe die das measure enthält aggregiert werden so kann beispielsweise ein measure dass die menge des lagerbestands darstellt über eine geografische dimension aggregiert werden und ergibt so eine gesamtmenge die allen wahren lagern zur verfügung steht das measure kann jedoch nicht über eine zeitdimension aggregiert werden da das measure eine regelmäßig erstellte momentaufnahme der verfügbaren mengen darstellt die aggregation eines solchen measures über eine zeitdimension würde zu falschen ergebnisse führen und nun kommen wir zur letzten kategorie die nicht additiven measures diese können nicht über dimensionen hinweg in der measure gruppe die das measure enthält aggregiert werden anstelle dessen muss das measure einzeln für jede zelle im cube die das measure darstellt berechnet werden so kann beispielsweise ein berechnetes measure das einen prozentwert zurück gibt zb die bruttorendite nicht von den prozentwerten der untergeordneten elemente in der dimension aggregiert werden wie ihr seht könnt ihr mit diesem hintergrundwissen eure datenmodelle mit diesen aggregat funktionen verbessern falls jetzt fragen dazu habt hinterlassen wir einfach ein kommentar ich werde versuchen euch zu antworten tschüss und bis bald